Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. So, wir haben ja vorher gefragt, was haben wir denn gefragt? Kühlschrank oder Mixer? Was werden wir heute tun? Und ja, die Entscheidung steht fest. So, da sind wir. Wie spät ist es denn? Vier am Nachmittag. Die Entscheidung steht fest, wenn ich da so reinschaue. Ja, wir haben ein wenig Borke. Das räumen wir mal weg. So, Tag 27, Borke. Wir haben nahezu nichts zu essen. Okay, wir brauchen aber auch nicht viel. Nö, nö, jemand wie wir, der braucht nicht viel. So, ist gleich fertig. Nö, ist nicht gleich fertig. Nö, ist hier auch nicht gleich fertig. Ach komm. So, was ich wieder dazwischen gemacht habe, ihr seht es ja, ich habe ein wenig weiter gebastelt. So, damit wir unsere Aufgabe nämlich erfüllen können. Heute das eine. So, damit das auch alles passt und funktioniert. Der Wagen ist leer. So, den möchte ich mir gerne gemeinsam mit dir heute noch anfüllen. Ja, wir haben schon wieder die Bio-Sachen-Zeug-Ding ausgeschalten, aber dann sehen wir einfach besser. So, weil ich möchte mit dir gemeinsam heute auch noch kurz auf den Berg steigen. Auf dem Berg. So, und da will ich noch... So, und da will ich noch ein wenig Metall holen. Ja, weil ganz egal was wir tun, wie viel wir tun und so weiter, wir brauchen definitiv mehr Erz. Wir brauchen urviele Erz. Extrem viel Erz. Nassem Erz. So, ein wahres Erz mehr. So, das bringen wir mal zurück. Außerdem... und da muss ich jetzt auch hier zeigen... ist mir aufgefallen beim Vorbereiten... Die Schachteln da sind fast leer. Also gut, wir laufen mal los. Oh ja, das Wetter wird schlecht. Das Wetter wird schlecht, aber... Oh ja, oh ja. Super, oder? Geht gleich wieder in Plastik. So, wir laufen noch mal rauf. Wir holen uns noch... Oh, es schneit. Es schneit. Oh, wie schön es schneit. Schnei. Ist das schön. Schnee. Wie Gags. Super, und die ist auch bald erledigt. Oh, eine Gorke. So, wir machen mal den hier. Dann sehen wir auch besser. So, wir nehmen das da mal mit. Wir nehmen das da mal mit. Und da lag irgendwo ein Stein. Ja. Herzlichen Dank. So, da laufen wir mal weiter. Also, ein Schaf. Ja, das wollen wir mit der Pickaxe nicht erlegen. So, wir klopfen da ein paar Mal drauf. Und dann müsste die Pickaxe eh erledigt sein. Super. Wo ist er denn? Hier ist er. So, und da geht es weiter. Der Hügel ist unser Ziel. Und das kommt raus. Also, wir wollen das hier. Genau. So. So. Und. Genau. Super. Das legen wir mal am Boden. Brauchen wir aktuell gar nicht. Brauchen wir aktuell gar nicht. Ja, aber du wirst es später brauchen. Ja, dann holen wir es uns später. So. Also, wir fangen hier mit dem da an. Warum? Weil er der Nächste ist. So. Ich will wieder sechs Stück haben. Auf jeden Fall. Ach ja, den haben wir auch gebraucht. Einen Wolf brauchen wir jetzt auch. Unbedingt. Zwingend erforderlich. So, die Pfaren, die richtigen, die echten Steinchen würde ich mir auch gleich mitnehmen. Oh, da liegt er. So. Nein, nein, nein. Also, sechs Stück würde ich gerne mitnehmen. Und dann machen wir weiter mit dem Plan. Das, was ich heute fertig bauen soll. Das werden wir dann auch machen. Ich sehe im Moment nicht. Bin ich wieder blind? Schon wieder blind. Oh, das muss schlimm sein. Blind. Das muss echt schlimm sein. Ja, keine Ahnung. Wir holen uns einfach Neues. Ja, es ist Lehm. Also, Ton. Macht nichts. Dann holen wir uns davon halt ein paar. Die brauchen wir ja auch. Später. Später. So, da ist einer. Also, nur Stein. Nein, ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht. Denn sie sieht mich einfach nicht. Hm, auch nicht. Okay. Wir haben daraus gelernt. Wir bauen nicht aus der Schräge ab. Wie viel haben wir denn eigentlich? 43 Gramm. Da geht was. Minus drei Grad. Auch schon kühl. Auch schon kühl. So, immer zwischendurch grabbe ich auch ein paar Steinchen. Weil wir brauchen die ja. So, da rollt es wieder runter. Aber das da. Das brauchen wir. So, dann hierher. Eine Taube. So. Wo rollt er? Wo rollt er? Er rollt nicht. Er würfelt. Es ist doch auch Ton. Naja. Eigentlich wollte ich sechs. Naja, egal. Egal. So, dann da. Da, 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 da. Da. Hier, hier. So, wie sehen wir aus? Äh, zwei, vier, sechs. Passt. Oh ja. Oh ja. Schwerst. Überladen. Schwerst. Super. So, Schwerkraft überwinden. So, und wir laufen nach Hause. Hoffentlich ist der Ofen noch an. Dann können wir gleich die nächsten reinwerfen. Das wäre nämlich auch super. So, jetzt haben wir die Hintertür offen und die Vordertür. Das ist das Beste. So, dann haben wir den hier. Der kommt da rein. Der kommt da rein. Oh. Ja, da muss auch da einer nachgerecht werden. So, dann haben wir hier noch ein wenig Kopfer. So, das gute Ironora. Und ein wenig Hifon. Super. Ein Mechanical Bart. Super. Das können wir zumachen. Äh, die Steinchen werfen wir gleich da rein. Haben wir was zum Essen da liegen? Nö. Okay, das ist auch schon fast erledigt. Kommt, Jungs, no risk, no fun. Ein Schwein. Ein Schwein. So. So, das Fleisch ist gut. Das Leder lege ich vorerst mal hier her. Ähm, da war noch irgendwo ein Vogel. Ein Vogel. So, holen wir uns den auch noch. Wie viel Fleisch haben wir denn? Gern noch? Ein Stück. Ein Fleisch. Ich höre es, aber ich sehe es nicht. So. Oh, 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 oh. Super. Ja, wunderbar. So, vier Fleisch. Wenn stimmt. Moment. Ja, super. So, dann schauen wir, dass wir jetzt noch vier Fisch bekommen. Oh ja, Fische, Fische, Fische. Da ist mal einer. Oh mein Gott. Der kann ja gut schwimmen. Ja, liegt dran, es ist ein Fisch. Okay. Ja, den kriege ich. Ist die Sicht hier beschränkt? Ziemlich eingeschränkte Sicht, meine Freunde. So, und einen hätte ich noch gern. Genau. Jetzt müsste es passen. Von der Anzahl der Fische. Oh, ein Stecken. Stärkchen. So, dann machen wir da mal zu. So, drei. Fünf. Und sechs Stück. Super. So, wir bereiten mal vor. Wenn wir dann später aufdrehen, ist gleich alles hergerichtet. Ja, ganz toll. So. Was wir jetzt laut der Müll da im Inventar haben. So. Also Müll. Das können wir alles brauchen. Alles. Wir brauchen alles. So, was war das? Ein Ironfragment. War das tatsächlich so? Und so, das Ironfragment, das packen wir da rein. Und das packen wir da auch rein. So, ein wenig hier. Ein wenig hier. Zwei Kupfer haben wir noch. So, jetzt machen wir endlich mal was. So, hier placeable. Und zwar einmal noch die Fischlampe. So, einmal Iron. Nein, du verschwendest es gerade. Yeah. Oh, Glas. Nicht Glas, sondern Fischöl. Yeah. Ja, endlich. Endlich. Cool. So, was wollte ich noch machen? Ach ja, genau. Das wollten wir draußen deponieren. Es wächst direkt, direkt in meinem Hof eine kleine Zuckermelone. Ist das Honig oder Zuckermelone? Ich weiß das nicht. So. Die machen wir mal auf. Hey, ich wollte es aufmachen, aber egal. So, oh ja. So, ich brauche ein paar Kartoffeln. Super. So, wird eingesetzt. Kartoffeln. Dann brauche ich hier noch mehr Kartoffeln. Ja, wird eingesetzt. Kartoffeln. Super. So, wir holen uns ein wenig ein bisschen Wasser. So, das brauche ich aber da drüben. So, Wasser. So, Water. So, und den Rest leeren wir uns in den Hals. Die beiden füllen wir auf. Wahnsinn, wie weit wir springen können. Das ist der Hammer. So, und so. So, und so. So, und jetzt will ich probieren, ob das mit dem Wasser noch immer so funktioniert. So, ich öffne da mal. Ich nehme diese eine Flasche raus. So, Clean Water. Das ist Clean Water. Dirty Water und hier Dirty Water. So, ich öffne mal. So, ich nehme hier mal Dirty Water. Ich nehme es heraus, es ist Dirty Water. Offenbar muss man speichern dazwischen, um es clean zu machen. Interessant. Weil wenn ich das da rausnehme, clean. Das habe ich nie abgekocht. Wenn ich mich da in Erinner schauen, wir nächstes Mal nach. So, wir haben es ja. Wir müssen es nicht mehr abkochen. Gut. Die lassen wir da hängen. So, ich glaube, es wird Zeit, dass wir den Fisch fallen lassen. Fisch, Fisch, Fisch. Was ist das Kleine da? Okay. Was ist das da? So, da haben wir da und Knochen. So, drinnen sind noch Federn. Super. So, Harvest. Harvest und Harvest. Yeah. So, wir machen jetzt eins, zwei, drei. Super. Eins, zwei, drei. Super. Na, 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 na. Na, 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 na. Aber du hattest heute ja was ganz anderes vor. Schreibt. So. Ja, dann mach das doch. Ja, gleich. Sorry. Super, oder? Klar, weil jetzt nehmen wir da ein Feuerholz. Packen das da rein. Zünden an. Highlight. Und das kommt hierher. Das brauche ich eigentlich gar nicht mehr. So. Ja, den Fisch hängen wir noch auf. Den Fisch hängen wir noch auf. Hier zum Trocknen. 17, 17, 15. Okay, dann nehmen wir den. T-t-t-t-t-t-t-t. T-t-t-t-t-t-t. Oh, ist das cool, dass wir jetzt die Fischlampe hier haben. So. Wie viel brauchen wir hier noch? Genau. Einmal electrical. So, wie sieht das mit dem Strom jetzt aus? Ja. So, einmal electrical. Und für ihn hier brauchen wir sechs electrical. Ach, kommt. Oh, Gorka. Ich will die Gorka. Super. So, stirb schön. Ah, ein Stein. So, aber da werde ich ganz schön dämlich aus der Wäsche gucken. Wenn ich mal draußen stehe und der Speer zerbricht mir. So. Hier das gute Kevlar. Steinchen. Nö. Packe ich draußen rein. So, dann schauen wir mal, wie viel Öl wir haben. und wie viel wir an herrlichem Plastik machen können. So. Wir haben hier, hier, hier. Ich brauche die Borke. Die Borke. Die Borke. Super. So, also das hier. Ja, Plastik. Super. So, zweimal Plastik. Nö. Hier. So, Borke kommt wieder zurück. Wir haben zwei Plastik in der Pfote. Mechanical. Super. Das verschiebt man da noch zusammen. Wir brauchen jetzt zwei Kupfer. Dankeschön. Jetzt gehen wir da her. Machen eins, zwei, los. Eins, zwei, los. Super. Oh, wie schön. Es wird schon langsam dunkel. Abendstimmung. Herrlich. Sollten wir noch einen Fisch fangen oder irgend sowas? Nö. So, wir haben zwei Electrical. Und es geht los. Yeah. Mixer. 10 Sand. Tank Clay. Dann schauen wir mal. 10 Sand. 10 Clay. 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 So. Mix. Super, oder? Da haben wir auch wieder eines. Ja, wunderbar, 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 wunderbar. So, zumachen. Das könnte man jetzt noch aufdrehen, aber... Das könnte man tatsächlich bei einem. Du hast schön klingen genommen. Und richtig. So, eines drehen wir auf. Super, oder? Und das legt man da rein. Fünf brauchen wir da noch. Und dann haben wir auch einen Kühlschrank. Sobald der läuft, übersiedeln wir den Ofen von da drüben auch daher. Und da kommen wir auch eine Kiste dazu mit Lebensmittel-Rohmaterialien. Das wird gut. So, jetzt hole ich mal noch Holz. Oh, Mais. Ja, den brauchen wir auch noch. So. Keine Ahnung, wie lange das läuft. Der Mixer. Aber wir haben einen. Oh, der Himmel. Die schöne Abendfärbung. So. Und die zwei werden wir harvesten. Harvest hier, harvest da. So. Weil wir brauchen das ganze Zeug ja sowieso. So. Hier ist ein Stöckchenlagerplatz. Das ist gut, das werden wir gleich nutzen. Ein Hölzchenlagerplatz. Oh, schön. Und dann noch zwei davon. So, können wir da einlegen. So, da ist es gleich fertig. Das heißt, ich nehme die zwei hier raus. So, und wir tauschen sie aus. Dann geht es sich nämlich noch aus, dass über Nacht auch diese Schweinchen, sodass hier über Nacht noch gearbeitet wird. Und der da. 47 Sekunden. Wahnsinn, wie viel Strom wir im Moment haben. Sobald wir den Kühlschrank einschalten, haben wir eh ein Problem. Läuft nur noch auf Batterie. Dann möchte ich zum Mixer schauen. Ich will den Mixer sehen. Ich will den Mixer sehen. Okay. Der Mixer. Tan, tan, tan. Na gut. Ob sich das noch ein paar Sekunden ausgeht? 16 Sekunden noch? Ob wir so viel Strom noch in der Batterie haben? Ja, du musst halt noch eine Batterie machen. Mhm. Hm, genau. So, ich kann natürlich den da abdrehen. Aber warum? So, wenn er fertig ist, dring mal ab. Und bam. Super, oder? Jetzt nehme ich mal deinen Inventar. Ja, ein Schwein. Super, oder? Super ist das. So, 10. 10. Füllen wir gleich ein für morgen. Klee und Sand. So, machen wir morgen, weil jetzt gibt es ohnehin keinen Strom mehr. Nehme ich an. So, das zeigt uns. Null. Ein bisschen Wasser in der Batterie, aber die werden wir nicht auslutschen. So, meine Lieben, ich danke euch fürs Dabeisein. Ja, ist eine kürzere Folge. Nächste Folge werden wir den Kühlschrank bauen. Wir werden alles daran setzen. Und jetzt kommen wir zur Auflösung des Ganzen. Und wir machen heute eine Doppelfolge. Deswegen heute jetzt diese auch so kurz. Danke fürs Dabeisein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.